Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit DCM's 4 Strangeable. Und wir sind hier bei Rose und sie ist nicht so gut gelaunt, weil sie zur Arbeit muss und Hunger hat und eigentlich auf Klo muss. Aber das ist halt natürlich einfach mal so, wenn man halt so früh arbeiten muss, dann passiert das halt. Aber dafür muss sie ja auch gar nicht so lange arbeiten. Und ja, ich denke, das ist ganz ausgeglichen. Und ja, Rose hat etwa 30 Minuten Mittagspause. Mittagspause, wir arbeiten nur morgens, aber okay. Wie soll sie sie verbringen? Ins Fitnessstudio gehen, Block nach Karriere-Ratschlägen durchsuchen. Ich denke, sie würde ins Fitnessstudio gehen. Und dafür hat sie sogar eine kleine Leistungsverwässerung bekommen. Und sie hat ein bisschen Fitnesspunkte erreicht. Cool! Und natürlich hat sie Geld bekommen. Ich habe uns jetzt endlich einen neuen Tisch gekauft und ein Pflänzchen, weil wir haben jetzt ja endlich das Teil über das Kümmern, haben wir ja weg. Das ist ja jetzt nicht mehr da. Das können wir uns hier auch nochmal ansehen. Das ist jetzt nicht mehr da. Das ist sehr, sehr schön. Und deswegen kann ich jetzt einfach vernünftig wieder alles machen. Und ja, dann kann sie erstmal hier alles verkaufen hinten, denn das Geld können wir gebrauchen. Und dann kann sie sich hier um die ganzen Sachen kümmern, um den Garten generell. Und dann kann sie was essen. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns wieder um unsere Strangerville-Mysterium-Sache. Ich glaube, wir haben gar kein Essen mehr hier. Dann frühstücken wir einfach einen Obstsalat. Ich denke, das gibt ein bisschen Energie. Und dann schauen wir mal, wie wir hier weiter fortfahren müssen. Denn wir müssen jetzt weiter in das Geheimlabor einsteigen. Und ich glaube, das könnte sehr, sehr interessant werden. Level 4 der Gartenfähigkeit. Das ist auch sehr, sehr gut. Und sie hat Level 5 der Kochfähigkeit erreicht. Sehr cool. Also die ist schon ganz schön gut dabei, was das Ganze hier angeht. Also läuft auf jeden Fall bei ihr. Ach, ich liebe ja die Hitzkopf. Das Merkmal. Oh ja. Wegen Arbeit. Hm, komisch. Ich habe gehört, du und Kira Cooper sind jetzt gute Freunde. Du bist immer berühmter, Cam-Moder, dass sich viele kennenlernen möchten. Alles klar, Hayley. Ich bin zwar jetzt nicht so berühmt, aber trotzdem danke. Es hat ja auch noch ihre Tage bekommen. Mensch. Da muss ich halt mal eben noch einen Tampon wegsehen. Und dann können wir loslegen und ins Geheimlabor einsteigen. Kian Pepper ist zu Erwachsener gealtert. Oh no. Oh no. Darum kümmern wir uns jetzt nicht. Wir gehen jetzt wirklich erstmal. Und das können wir ja immer noch später machen. Ich denke, wir gehen erstmal alleine. Es kann sein, dass wir irgendwann noch ein paar, also so ein bisschen Unterstützung brauchen. Aber ich denke, wenn wir das jetzt erstmal so erkunden, ist es okay. Hallihallo. Dann gehen wir mal nach unten. Und gehen erstmal hier hin. Ach, wir müssen erstmal das hier extra öffnen. Ach man. Aber dann, dann schauen wir. So, hier sehen wir ja, dass das hier ein bisschen, ja, mit so Zeugs voll ist, ne. Da müssen wir natürlich unseren Schutzanzug anziehen, den wir hier haben. Schutzanzug anziehen. So, mal schauen, wie das aussieht. Oh je. So, und dann können wir hier die nächste Schlüsselkarte verwenden, um tiefer einzudringen in das Ganze. Okay, es funktioniert. Sehr schön. Und was wird es hier zu sehen geben? Ich bin sehr gespannt. Ich verfolge sie mal so. Uh. Müsst ja dann schon so ziemlich fast an der untersten, im untersten Bereich sein, oder? Okay, hier ist auch alles voller Ranken. Hm, können wir hier irgendwas machen? Oh, nee. Aber, ja. Hier können wir noch etwas öffnen. Puh, man muss ja schon ein bisschen Angst haben, was hier geschieht, ne. Okay, hier spielt schon irgendwelche gruselige Musik. Und hier ist auch schon ein kaputter Bildschirm. Oh je, oh je. Und hier sind halt auch unfassbar viele Ranken, ne. Also es wird ja irgendwas mit diesen Pflanzen zu tun haben, auf jeden Fall. Denke ich mal. Also wir haben ja auch diese Ranken im Klo und so. Also das sind... Hm. Mal schauen. Was wird sich hier hinter verbergen? Sie öffnet die Tür und... What the fuck, Alter. Oh mein Gott. Oh. Was ist das, Alter? So, wir schauen erstmal. Was steht hier jetzt? Wir müssen drei Sims impfen. Stelle Experimentalien... Experimentellen... Impfstoff am chemischen Analysegerät im Geheimlabor her. Teste ihn dreimal an besessenen Sims, um die Fähigkeit zu erhalten, einen Impfstoff gegen die Infektion am chemischen Analysegerät herzustellen. Wenn du einen Impfstoff gegen die Infektion besitzt, kannst du andere Sims impfen und rekrutieren. Hm. Drei Sims rekrutieren, um die Infektionsquelle zu vernichten. Klicke auf Sims und rekrutiere sie, um die Mutterpflanze zu bekämpfen. Implizierte Sims werden dir nicht helfen wollen. Okay. Quelle die Infektion vernichten. Dies ist der letzte Schritt, um die Infektion von Strangeable auszurotten. Das wird nicht einfach sein. Okay. Dann müssen wir drei Sims impfen. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal schauen. Dann gucken wir mal, ob wir direkt an... Also das direkt herstellen können. Zumindest ist es hier so. Wenn die fünf Sporen haufen und eine bizarre Frucht. Okay. Die bizarre Frucht können wir easy hier abernten, oder? Pflegen vielleicht. Vielleicht kann die uns das dann geben. Keine Ahnung. Und Sporen haufen wäre ja auch ziemlich easy, glaube ich. Weil wir das ja nur schnell einmal scannen müssen. Oh. Können wir da jetzt... Ja, bizarre Frucht ernten. Sehr schön. Und dann können wir das hier scannen erstmal. Und dann die ganzen Sachen aufheben. Und dann mal schauen. Level 3 der Logikfähigkeit. Sehr schön. So, wir können diesen Impfstoff jetzt herstellen. Ich bin sehr gespannt, ob uns das gelingen wird. Sieht sehr interessant aus auf jeden Fall, was ihr hier tut. Hm. Bist du beschäftigt? Wollen wir ein paar Spiele spielen? Ich glaube, das hier ist gerade wichtiger, als Spiele zu spielen. Aber okay. Rose hat erfolgreich einen experimentellen Impfstoff hergestellt. Teste ihn an besessenen Sims, um zu erfahren, wie der richtige Impfstoff hergestellt wird. Okay. Dann gehen wir erstmal nach Hause, würde ich sagen. Und gucken dann, ob wir irgendwo einen besessenen Sim auffinden können. Oh mein Gott, da kommt irgendwie dieser Sound. I hate it. Du hast die Quelle der Infektion entdeckt. Die Stranger will plagt. Eine riesige Mutterpflanze, die im Keller des Labors vergraben ist. Du kannst die Normalität in der Stadt nur wiederherstellen, indem du diese abscholle Kreatur besiegst. Finde ein Heilmittel gegen die Infektion und stelle ein Team zusammen, um die Mutterpflanze zu zerstören. Und dann schauen wir mal, ob hier irgendwo ein besessener Sim rumgeiert. Wir können ja mal den Schutzanzug ausziehen, weil ich glaube, das ist jetzt gerade nicht mehr nötig. Also es soll ja auch nicht so auffällig sein, dass wir hier so krass rumschnüffeln bei dem ganzen Zeugs. Und ich habe hier hinten besessene Sims gefunden. Kann ich das direkt? Ja, ich kann es direkt testen. Schön. Dann renn mal dahin und zieh dich bitte mal um. Du kannst den ganzen Tag in Arbeitskleidung hier rum chillen. Hier, normale Kleidung bitte. So, mal schauen, wie das hier funktionieren wird. Oh mein Gott, als ob sie das dann einfach in ihr Gesicht so schmeißt. Der Impfstoff scheint eine Reaktion ausgelöst zu haben, konnte die Infektion aber nicht komplett beseitigen. Probiere ihn und anderen besessenen Sims aus, um die Wirkung zu überprüfen. Muss ich jetzt nochmal neu welches hinstellen? Weil ich habe das jetzt ja aufgebraucht. Hm, das ist ein bisschen doof. Dann werden wir erstmal die Ranken in unserem Waschbecken entfernen. Und dann kann ich mich ja hier um diese beiden Pflanzen kümmern und dort noch bizarre Früchte entnehmen, damit ich halt mehr experimentellen Impfstoff herstellen kann. Können wir hier nicht auch scannen? Also kommen da auch Sporenhaufen? Weil sonst würde ich halt einfach das hier machen. Nö, ist nichts passiert. Hm, komisch. Oh mein Gott, why are you coming to me? Oh mein Gott. Warum spricht die gerade mit dieser Pflanze? I know. Oh mein, oh mein Gott. Kann ich die nochmal ernten? Yo, cool. Danke. Dann gehe ich jetzt erstmal zurück und versuche noch mehr herzustellen, denke ich. Weil ich glaube, sie wird das nicht locker lassen. Ich meine, sie möchte ja auch halt die Stadt retten, ne? Also ich meine, es ist ja schon ein Hardcore, was hier passiert, so, ne? Hm. So, ich müsste jetzt erstmal genug haben. Und dann öffne ich das und dann gucken wir mal weiter. Ich stelle jetzt zwei her. Und dann werden wir erstmal nach Hause gehen und uns dann ausruhen. Weil ich glaube, sie hat dann halt schon ziemlich viel geschafft heute. Und ansonsten, ja, kümmern wir uns dann einfach morgen weiter rum. Weiterhin darum, was da halt noch so passieren wird, ne? Also wir müssen jetzt erstmal gucken, ob dieser Impfstoff halt wirklich dann was bringt. Und sie ist so krass müde, ne? Upsi. Warte, kann sie sich mal kurz freinehmen? Also ich glaube, der Schlaf ist gerade wichtiger. Sie nimmt sich frei, damit sie halt dann später sich mehr darum kümmern kann. Nur damit sie jetzt halt ein bisschen mehr schlafen kann, weil sonst tot. Ich kann einfach nicht genug von dir bekommen, Rose. Wusstest du das schon? Ja. Oh, wow. Dem Text war ein sexy Foto beigefügt. Es hat Rose etwas erregt. Oh, okay. Und gleichzeitig. Oh. Oh, vermisst sie jemanden. Sad life. Aber sie ist auch erregt. Läuft. Ne, du sollst nicht ganz ausschlafen, Girl. Morgen ist Erntefest. Oh. Du siehst immer fantastisch aus, wenn ich dich sehe. Findest du mich auch attraktiv? Ja. Sunny Pepper ist zu erwachsen gealtert. Oh, warum wäre sie dir alle so alt? Oh. Das kann nicht sein. Sie hat sich auswählen eingepinkelt. Woohoo. We love it. Du hast dir heute noch viel vor. Das funktioniert so nicht. Ich glaube, das schafft sie heute nicht mehr. Es ist schon 16 Uhr, Alter. Aber ich glaube halt, dass sie halt die Erntefest dann dafür nutzen wird, um irgendwelche anderen Dinge zu tun. Obwohl, wir müssen ja nur jetzt erstmal halt diese besessenen Sims erstmal mit Gläsern, mit dem Impfstoff andingsen. Das geht ja vielleicht noch. Das schaffen wir vielleicht heute auch noch. Da ist einer. Los. Hier. Impfstoff entgegenwerfen. Los. Wieso ist der erstlicher besessen? Nein, wir verabreden uns heute nicht. I'm sorry. Äh. Aber. Irgendwer hier war hier noch besessen eben. Da. Hallo. Und wusch. So. Hat das dieser was gebracht? Mal schauen. Dem schon scheint eine Reaktion ausgelöst haben, konnte die Infektion aber nicht komplett beseitigen. Und probiere ihn an anderen besessenen Sims aus. Hm. Okay. Aber einen haben wir ja noch. Das ist nochmal die von gestern. Vielleicht hilft das jetzt ja. Hm. Keine Ahnung. Let's try. Gletsch einmal im Gesicht. Und jetzt? Hat das dieser was gebracht? Herr Erika, der Impfstoff scheint die Infektion zu beseitigen. Dann geht zurück zum Geheimlabor, um den Impfstoff gegen die Infektion am stimmischen Analysegerät herzustellen. Wow. Aber es ist schon wieder ziemlich spät. Und ich würde... Oh Mann, oh. I hate it. Aber sie kann ja die Zeit nutzen, um einfach mal ein bisschen happy zu sein im Leben hier, ne? Und deswegen spielt sie erst mal ein Spiel. Und kann dann einfach schlafen gehen. Und das machen wir dann einfach am Erntefest. Und ich glaube ja, dass es ihr dann nicht so um die Tradition oder so geht. Sondern halt einfach darum, dass sie jetzt einfach mal die Welt rettet. Wow. Wir können einige Pflanzen weiterentwickeln. Schön. Willst du mit mir in den Club kommen? Nein, girl. I'm sorry. Aber... Das ist jetzt schon ein bisschen spät dafür, ne? Ich meine, sie braucht sozial, aber das kriegen wir schon noch hin. So, das reicht. Und jetzt geh bitte schlafen. Los, 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 los. Du hast einiges vor. So, dekorieren kann sie natürlich trotzdem. Oh, süß. Weil es soll natürlich auch nicht auffallen, dass sie halt nicht zu Hause ist und sowas, ne? Vielleicht kann sie ja abends nochmal Gunnar einladen und ihm dann halt dankbar sein. Und ja. Also zumindest wäre das ja sehr, sehr süß. Weil wir wollen ihn ja eh fragen, ob er mit uns dann halt gegen diese Mutterpflanze kämpfen möchte. Und vielleicht wäre das einfach die Gelegenheit. Sie muss das Klo kurz reparieren und die Ranken entfernen. Oh, Mann, oh. Und eigentlich würde ich gerne die Zwerge später auch besänftigen, weil wir das Geld ja auch schon nötig haben, ne? So, und dann auf, auf zum Geheimlabor. So, und dann schauen wir gleich mal, was das wird. Impfstoff gegen Infektion herstellen. Rose hat erfolgreich einen Impfstoff gegen die Infektion hergestellt. Wenn die ihn bei anderen Sims an, um sie zu impfen und für den Kampf gegen die Mutterpflanze zu rekrutieren. Sie braucht drei Stück davon, deswegen erstellt sie jetzt bitte noch zwei. Achso, sie braucht noch Schworenhaufen. Ja, dann macht sie die restlichen zwei einfach später, weil sie lädt jetzt einfach Gunnar zu sich nach Hause ein. Und die machen sich jetzt noch einen schönen Abend. Weil das kann ja nicht sein, dass die jetzt gar nichts mehr machen, ne? Also, dass sie jetzt wirklich sich nur noch darum kümmert. Ja, und dann fragen wir ihn, ob er mit uns gegen die Mutterpflanze kämpfen möchte. Hello! We love you! Jetzt knutschen wir ihn erstmal ab. Hier, ein bisschen flirten und dann könnt ihr euch gerne einmal küssen. Weil ihr habt euch jetzt ja schon ein paar Tage nicht gesehen. Da kann man das schon mal machen, ne? Und dann können wir ihm ja auch einfach mal dankbar sein und schauen mal, was er dazu sagt. Und dann verabreichen wir einfach mal den Impfstoff. Mal schauen, wie das wird. Oh! Sie stinkt voll! Oh Mann, oh! Oh, ist er wütend auf uns? Oh no! Gunnar ist geimpft und vorübergehend vor der Infektion geschützt. Rekrutiere ihn für den Kampf gegen die Mutterpflanze. Dann rekrutieren, so. Mal schauen, was sagt er dazu? Natürlich helfe ich dir, die Mutterpflanze zu stören. Ich würde alles tun, um Strandleville von dieser grässlichen Infektion zu befreien. Vielen Dank! Und weil sie ein bisschen stinkt, geht sie mal schnell duschen und dann können die ja vielleicht nochmal ein bisschen Tschechdomechnung. Denn man braucht auch mal ein bisschen Spaß hier in den Backen, ne? Wenn man hier die ganze Zeit gegen, also irgendwas tut, um die Welt zu rennen. Aber nur ein Tschechdomechdel, bitte. Ich möchte kein Bibi machen. Heute ist mein Lieblingsfeiertag, also wollte ich ihn natürlich hier verbringen. Ähm, alles klar. Angelique. Wir wollen ein Tschechdomechdel haben hier. Let's go! Wieso leuchtet er so? Weil er immun jetzt ist, oder warum? Woohoo! Same girl. Also, boy. Aber, ja. Ich wünsche euch viel Spaß! Ich meine, das macht ja hier beides auch hoch, ne? Das ist gut, gut. Gute Sache, das! Wieso kommen hier so viele Leute jetzt vorbei? Ich kenne euch alle nicht mal! Sis, bist du beschäftigt? Ja. Und ich würde sagen, ich beende jetzt dann hier auch mal die Folge. Und, ähm, wir kümmern uns dann um den Rest beim nächsten Mal. Dort könnte es dann ja vielleicht schon ganz schön abgehen, ne? Aber ich bin schon sehr gespannt, wie das dann wird. Und, ja. Also, es wird spannend, I guess. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss! Tschüss!